Hallo liebe Minecraft-Freunde und ein herzliches Willkommen zu Live in the Woods und mein Dach hat immer noch... äh... ein Loch. Mein Dach hat immer noch ein Loch. Ja, ich war ja immer noch rommeln, wenn ich das mache. Da kann ich mich immer noch nicht entscheiden. Mh... Mamamamama... Ja. 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 Ähm... Wir hatten ja viel zu tun gehabt. So viel zu tun. Der Kalab war ja noch in Arbeit und ich weiß gar nicht, was brauchten wir. Wir brauchten einiges. Aber das habe ich ja soweit fertig. Genau. Das heißt, man fehlt jetzt noch das Objekt. Übrigens glaube ich... Wollen wir nochmal immer gucken. Mir fällt gerade was ein. Das muss ich gerade überlegen. Ich muss das ja mit nem Kabel verbinden. Ähm... Äh... Da muss ich den ja... Das muss ich ja doch eigentlich machen. Äh... Ich hoffe, dass es so funktioniert. So hin. Und... Äh... Ich mein den natürlich da hin. Kommt der doch da unten hin. Das Kabel verbinde ich da. Ich hoffe, dass er den nicht nimmt. Dann müsste das gehen. Hoffentlich. Ich hoffe. Okay. Ähm... Ich weiß gar nicht. Was brauchten wir nochmal für die Kabel? Das war ja extra Utility. Ah genau. Ah, wir brauchten Glas. Ja, das war das Problem. Äh... Wir hatten... Ein Problem mit Glas. Ja, weil wir keine Wüste haben. Aber... Er muss erst mal gucken. Ah, warte. Da roter Sand. Aber roten Sand hab ich ja auch nicht. Hm. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da an Sand kommen. Das wird ein Problem. Ein großes Problem. Und... Was wollte ich jetzt... Ach so. Genau. Das wollte ich noch machen. Ich wollte doch... Ähm... Das war hinten schon mal dicht machen. Mhm. So. Tadaa. Perfekt. 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 Und ähm... Ganz ehrlich... Ich geh jetzt hier einfach nochmal einen hoch. Äh... Schidiwurz da. So. Schidiwurst. Und ich glaube, meine Küche wird ja auch langsamer. Also... Und wir haben überall Baustellen. Ü-ba-all. Das ist schlimm. Sehr schlimm. Schli-m-schli-m. So. Hab ich zufällig? Na, hab ich natürlich nicht. Ähm... Gut. Ich habe aber noch... Ja, dann machen wir halt hier nochmal ein paar Treppchen hin. Und... Machen das von oben einfach dich, damit es nicht durchtropft. Weiß nur noch nicht wie. Vielleicht mit Carpenters. Ich hab noch keine Ahnung. Äh... Das sieht doof aus. Warum hast du dich so hingepflanzt und nicht so? Äh... Weil du nicht willst. Gut. Gut. Dann muss ich halt mit... Hier... Ah... Jetzt... Ja, siehste. Dann haben wir das Dach so... Gut wie dicht. Mh... Den kann ich nicht machen. Das Dach... Hier könnte ich noch. Dann verwende ich aber nicht mehr den. Das lassen wir mal so. Der kommt jetzt... Ach... Endlich. Das Dach ist fertig. Yeah... Sind wir gut. Und jetzt muss ich den weg nehmen, weil ich nicht reinkomme. Ha! Ähm... Ja, wir brauchen Glas. Äh... Sand. Wir brauchen Sand für Glas. So rum. Wir kommen sonst nicht anders an Glas, ne? Wäre natürlich... Kein... Wüste nix. Ich könnte mehr natürlich Sand holen. Aber das will ich auch nicht. Ach Gott. Überall Baustellen. Türen haben wir auch noch nicht. Die Küche ist auch noch nicht. Oh... Mensch. Aber das Dach ist schon mal, ne? Wollen wir uns... Wir gucken uns das Dach mal an. Herrlich, oder? Endlich. Das Dach ist dicht. Oh. Ich glaube, da oben habe ich noch einen Erdkopf. Nö, da gehe ich jetzt nicht hin. Da habe ich keine Lust. Der könne ruhig hängen bleiben. Das ist doch schön. Das Dach ist fertig. Äh... Muss ich nur ein bisschen... Hübsch machen. Ups. Ein... Bisschen hübsch machen. Ja, ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm... Ich würde mal sagen, erstmal den Krempel wieder loswerden. Und dann gucken, welche Baustelle als nächstes drankommt. Also, wir müssen echt sehen, dass wir irgendwo Sand herkriegen. Ich muss gleich mal... Ich glaube nicht, dass... Ah, im Atmos sieht man das nicht. Äh... Das Tannenholz... Ja... Das... Meiß... Ich glaube, das kommt hier nicht rein. Aber das ist egal. Das schmeißen wir da rein. Und... So, jetzt musste ich irgendwie gehen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Ich glaube, das ist das Wetter. Das ist echt das Wetter. Das macht so ein bisschen müde. Ach, hier. Den nennen wir mal gleich komplett mit. Haben wir? Da oben haben wir. Ich finde, das Wetter macht so ein bisschen müde. Ich weiß auch nicht warum. Äh... Da ist Granit. Du warst da. So. So ein bisschen das Inventarlehrer. Ne? Das muss auch mal sein. Hellgrüner Stein. Haben wir schon hier welchen? Äh... Noch nicht. Ja. Jetzt schon. So. Ich hab fast gestellt, mein Fenster ist auf. Ich muss das Fenster mal ihm zumachen. Noch einen Blick. So. Ich bin hier gegen den Tisch gekommen. Oh, schon wieder. So. Jetzt ist das Fenster dicht. Ich hab das nämlich gerade mitgekriegt, als der Zug vorbei fuhr. Ich hab das nämlich gerade mitgekriegt, als der Zug vorbei fuhr. So. Sowas aber auch. Mülltornia. Die würde ich auch gerne brauchen für Müll. Okay. Ähm... Wir wollten noch... Wir wollten noch das Inventar ausleihen. Ah, da haben wir noch Treppen. Die wir erstmal nicht brauchen. Ähm... Das brauchen wir hier. Das ist... Ich weiß gar nicht, wo ich das denn ballere. Äh... 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 Da rein. Fertig. Äh... Okay. Dann würde ich sagen, machen wir die... Stück... Ich glaube, wir machen überall etwas. Wir machen überall etwas. Überall machen wir etwas. Äh... Okay. Das würde ich gerne im Holz lassen. Aber ich würde hier noch gerne... So. Das muss ich hier auch noch ausbissen. Das weiß ich auch noch nicht. Wie ich das noch... Oh. Ich würde den haben. Das ist der kleine mit kleinen Kacheln. Da. Das muss der sein. So. Perfekt. So. Dann mache ich den gleich wieder zurück. Verschwendet zwar Dingsen, aber das ist egal. Können wir uns leisten. Ja. Ähm. Ich will mal gucken. Wir müssen Sand haben. Das hilft alles nichts. Ähm. Ja. Damit können wir ruhig raus. Essen hab ich. Wir müssen Sand haben. Dann muss ich glaube ich ins Meer. Oh. Ich muss mal hier so einen leckeren Akritze nehmen. Ja. Ja ja ja. Ja. So berzwischen durch ist das ganz gut, meine Akritze. So. Warte mal. Wollt ich nicht. Mh. Wollte ich den nicht dicht machen, aber ich find ich... Da kriege ich keinen Sand. Hat sich erledigt. Ich will jetzt nicht irgendwie großartig was kaputt machen. Also hier würde ich Sand kriegen, ja. Ich trinke mir nichts. Ich möchte ja eigentlich nichts kaputt machen. Das ist doch doof. Das ist echt doof. Okay. Ich muss immer den Atlas haben. Und in unserer Höhle haben wir ja auch keinen Sand. Ach, ich sollte nicht rennen. Ich vergesse das immer. Und da haben wir auch keinen Sand im Buch. In der Höhle. Hm. Achso. Der war ja hier drinnen. Wir waren da noch nicht. Das ist ja... Äh. Ah, jetzt. In der Richtung. Okay. Wisst ihr was? Wir gehen mal in der Richtung gleich. Da soll ich jetzt erst mal schlafen. Ich gehe in der Richtung. Das heißt, dass ihr aber auch mal zusammen machen müsst. Vorher werde ich mir aber ein Bett bauen. Den habe ich mit. Und dann nochmal eben den Kram hier ausmisten. Das Salz. Die Kerze bleibt hier. Den nehme ich nicht mit. Den dir rät auch nicht. Die Erde kann meine Türen mit. Das ist irgendwie unsere Müllküste zur Zeit, ne? Aber, äh, ja. Der Spitzer gebrauche ich zwar auch nicht. Das ist nämlich mit. Das spielt nämlich auch mit, weil ich ja dann... Monsters anmache. Hm. So. Bett, Bett, Bett. Bett, Bett, Bett. Wir haben da nämlich nur... Na ja, das bringt uns nicht. Obwohl ich kann's ja... Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle. Ich kann's ja schon mal verbrennen komplett. So, da war noch tatsächlich Kohle drin, ne? Das ist gut. Ähm, wir können's ja verbrennen. Äh, weiße Wolle. Drei. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ja, das ist okay. So. So, dann haben wir ein Bett. Wenn wir sterben, dann sterben wir wenigstens. Ähm. Dann kommen wir wenigstens dann zurück, wo wir geschlafen haben. So. Die Pilze geben natürlich auch ordentlich. Hm. Ich überleg grad. Geben ein. Ja, gut, okay. Geben auch ein. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Die habe ich ja ganz vergessen, die Bäume. Die habe ich da ja gepflanzt. So. Äh, in welcher Richtung wollten wir nochmal? Ach ja, genau. In der Richtung. Und dann hoffen wir, dass da vielleicht eine Wüste ist. Bitte, danke, wäre sehr freundlich. Ja, das ist aber keine Wüste. Das ist ein Berg. Das wäre neu, wenn das eine Wüste wäre. Aber hier sind Schweinchen. Oh, da ist so viel Sand. Da ist so viel Sand zwischen. Och, Mensch. Ach ja, jetzt, jetzt habe ich mich gefahren. War das nicht hier der Teil, wo die Hexenhaus ist? Mhm. Aber da ist, glaube ich, keine Hexe drin. Die läuft hier wahrscheinlich bei keinem Pech haben irgendwo herum. Mhm. Mhm. Ich bin der Wüste. Oh, das denn hier. Habe ich das nicht? Oh. Ach, Zimt. Das ist ja ein Ei. Ich nehme den Streif mit. Können wir Zimt eigentlich... Achso, nö. Achso, jetzt habe ich es dort hier. Hm. Das macht auch nichts. Ähm. Laufen wir mal... hier so durch. Strahler. Kann ich... Naja, außer Farbstoff ist doch nichts wert. Hm. Gehen wir mal hier längs. Ich glaube, du nervst dich. Ach, hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich auch nicht hoch. Mensch. Wer baut denn hier so blöde? Und das bin doch nicht mal ich. Ähm. Komme ich da hoch? Nur mal so als Frage? Oh, Kohle. Deswegen bin ich aber nicht hier. Hm. Na, warte. Kommen wir hoch. Obwohl wir hatten Erde, aber nicht so viel. Ähm, so. So. So, jetzt sind wir oben. Siehst du, geht doch. Ja, was sagt der Atlas? Äh, der sagt Wald. Wald. Ich will kein Wald. Ich will Sand. Ich will auch keine Hühner. Ich will Sand. Oh, schön. Ein Bögenbiom. Super. Äh, klasse. Total begeisternd. Das würde ich tun. Ne, doch nicht. Ähm, kann ich zufällig? Wow. Alter, das war jetzt wirklich... Ähm. Ja, das... Das habe ich so geplant. Das sollte so sein. Das sollte genauso sein, dass ich da runter springe und dann ins Wasser reinfalle. Das war so geplant. Aber sowas von. So. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Was gibt's hier schon jetzt? Protein. place-Rose built in US. Damascamrose, aha, Stammrose. Stamm… Hä, hAy, ähm, ups. Von der Gritze muss ich irgendwie immer aufstoßen, habe ich das Gefühl. Vielleicht sollte ich weniger Lackgritze essen. Ah, nee, lieber nicht. Das schmeckt zu gut. Da hinten vielleicht fühlst du es? Oder auch immer noch Birke? Ist immer noch Wald, oder? Ich will keinen ollen Wald. Jetzt habe ich mich wehgetan. Super. Und Thron will ich auch nicht. Ich bin ein olles Sandbium. Ich habe so das Gefühl, das ist hier rar. Das ist hier echt Rarität. Aber sowas. Sowas von. Und jetzt fängst du an zu Lacken. Zu irgendeinem Grund. Ähm. Ich glaube nicht, dass ich da oben was finde. Äh, geht die Sonne schon wieder runter? Noch nicht ganz. Halt nicht rennen. Rennen ist eine schlichte... Ach komm, ich baue hier zumindest ein bisschen was ab. Ich nehme dabei noch ein bisschen Grünzeug mit. Hoffentlich nicht. Das kann ich ja unterwegs irgendwie loswerden. Kann ich mir so vorstellen. So. Soll ich doch noch nicht dahin kommen. Sonst sammle ich das auch noch ein. Wir hatten das Thema mit Grünzeug sammeln. Ja. Wenn ihr euch noch dran erinnert, hoch. Wo? Plopp. Da ist sie geplop. Äh. Komme ich hier überhaupt so rüber, wie ich mir es gedacht habe? Ja. Super Madame. Da oben sind Kürbisse. Haben wir Kürbisse? Was haben wir Kürbisse? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich nehme einfach mal hier so eins, zwei, drei mit. So. Dann werden wir mal eins... Au. Was war das denn? Was? Was? Ach so. Ich fand das toll. Bin über ein Gift-Efeu gelaufen. Geile Sache. So. Mal eben schnell. Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Ähm. Ich war eigentlich da oben. Oh. Was ist das denn? Ui. Was ist das denn? Die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich hab die irgendwann mal... Ah. Hä. Hä. Ich bin nicht doof. Hä. Sowas aber auch. Woher wusste ich das denn? Aber dafür... will ich das Zeug haben. Ich glaub mit der Schere wird das sinnvoller, aber ich mach's damit. Hm. Können wir mit Brot herstellen? Ist das nicht nice? Jawohl. Woher ich das bewusste? Das sag ich nicht. Das darfst du dir selber raten. So. Hallo Schafi. Äh. Mäh. Mäh. Durch den Wald will ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich auch außen laufen? Oh. Hier kommt der Wand. Ach. Wir sammeln uns hier das Wand zurecht. Aber ich glaub hier fällt das nicht auf, wenn ich mir das hier wegnehme. Ich muss gleich noch aufpassen, weil es wird langsam dunkel. Notfalls muss ich mir... Ich hab da mal eine Idee. Hierzu brauche ich ein bisschen Erde. Das müsste reichen. Das müsste reichen. Ja, das müsste reichen. Ähm. Da ist schon wieder gebirgelt. Das könnte aber vielleicht dahinter mal Sandbüsse sein. Wir gucken mal an. Äh. Wo war jetzt die Sonne? Ich hab keine Ahnung. Boah. Ich laufe jetzt hier einfach mal... ... ... ... Ach guck mal, ohne Pilze hätten wir auch schlafen können. Ja, das ginge auch. So. Ganz schnell durch hier. Uh. Die nehm ich mal spontan mit. Ich einfach... ... 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 Das können wir auch da unten schlafen. Ha! Ach. Was hab ich denn jetzt schon wieder gesammelt? Äh. Mal eben gucken. Sonst könnten wir auch... ... 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 Dann stellen wir uns unser Bettchen hier mit ner kleinen Fackel. Und hoffen, dass uns jetzt gleich nix, ähm, in die Luft sprengt. So. Kann ich schon? Ja, sehr schön. Ich hätt vielleicht mein Schwert in der Hand nehmen sollen. Oh. Ho-ha-hi-hu. Ho-ha. Nichts. Nichts. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ähm. Ist grad nichts da. Dann können wir mal schnell rüber schicken. Ja. Wir können. Über sieben Brücken musst du gehen. Tausend Jahre überstehen. Ja. Und ich hör jetzt auf. Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Oh, das ist. Mmh. Xylit-Block. Hab ich das richtig? Xylit-Block. Doch. Ich hab's richtig ausgesprochen. Füße. Bisschen. Was ist das denn? Aber wenn das Sand ist, nimm ich das gerne. Auch wahrscheinlich ist es kein Sand. Hoch. Oh. Mein Minecraft ist abgestürzt. Yay. Ähm. Ich mach eben kurz hier einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.